Vritchi-Kasana, der Skorpion, gehört zu den wichtigsten Yoga-Stellungen. Vritchi-Kasana gehört zu den Umkehrhaltungen und auch zu den Rückbeugen. Bei Yoga-Vidya üben wir Vritchi-Kasana, dem Skorpion, typischerweise nach dem Kopfstand. Manche Menschen, die einen sensiblen Nacken haben oder vielleicht Probleme in der Halswirbelsäule, üben auch Vritchi-Kasana anstelle des Kopfstandes. Viele sagen, dass Vritchi-Kasana fortgeschritten ist. Aber ich meine, selbst ein Mittelstufenteilnehmer sollte Vritchi-Kasana üben. So schwer ist er letztlich nicht. Auf unserer Internetseite findest du dem Stichwort Skorpion noch viele Tipps. Raffaella zeigt jetzt einfach, wie jemand Fortgeschritteneres direkt in Vritchi-Kasana kommen kann. Ausgangsposition kann der Fersensitz sein. Von hier die Ellbogen etwas schulterbreit auseinander geben. Das kann man auch mit den Händen abmessen. Und dann die Handflächen auf den Boden. Dann die Beine ausstrecken. Und jetzt ist schon wichtig, die Schultern müssen in etwa in der Höhe der Ellbogen sein oder besser noch etwas weiter nach vorne. Dann schaust du entweder zwischen die Handgelenke oder zwischen die Finger. Und dann springst du mit einem Bein nach dem anderen nach oben. Wer den Spagat kann, ist im Vorteil. Dann brauchst du nämlich gar nicht so sehr zu springen. Wer nicht die gute vorwärtsbeugende Flexibilität hat, der muss etwas mehr springen. Jetzt gibt es den geradbeinigen Skorpion. Und es gibt noch viele weitere Variationen des Skorpions mit gebeugten Knien oder auch aus dem Lotus oder auch den Spagat im Skorpion. Das sind aber andere, das Thema von anderen Videos. Vritchi-Kasana, also der Skorpion. Vielleicht ein paar Worte noch zum Skorpion. In Indien gibt es ja verschiedene Skorpionarten. Skorpion kann tatsächlich stechen mit dem Teil, den er dem Menschen zuzeigt. Es gibt verschiedene Skorpione. Es gibt solche, deren Biss relativ oder deren Stich relativ harmlos ist. Es gibt, glaube ich, zwei Skorpionarten in Indien, deren Stich sogar lebensbedrohend sein kann. Im Yoga versuchen wir ja normalerweise freundlich zu sein und wir versuchen mitfühlen zu sein, Ahimsa zu üben. Aber manchmal ist es auch gut, auch mal stechen zu können. Vielleicht wie die harmloseren Formen vom Skorpion. Gerade manchmal muss man sich vielleicht auch wehren. Es gibt zum Beispiel auch die Geschichte von einem Tier, einer Schlange, welche zu einem Mönch in die Lehre gegangen ist und hat dort gelernt, Ahimsa zu üben. Als sie dann wieder zurückgekehrt ist in ihre Heimat, dann wurde sie von anderen immer wieder gemobbt, würde man heute sagen. Sie wurde immer wieder geschlagen und getreten, bekam kaum etwas zu essen, sie wurde Vegetarierin und so weiter. Als dann der Mönch vorbeikam und sah, wie schlimm es der Schlange ging, fragte er sie, was ist denn los mit dir? Und dann sagt er, ja, ich habe Ahimsa geübt, aber Menschen und nicht nur Menschen, sondern alle Tiere sind unfreundlich zu mir. Und dann lächelte der Mönch und sagte, du darfst schon zischen, nur beißen solltest du nicht. Und so ähnlich kannst du manchmal wie Vritschika der Skorpion sein und manchmal durchaus auch mal dich wehren, wenn nötig. Natürlich, Patanjali sagt, wenn du fest verankert bist im Ahimsa 100%, dann wirst du keiner Gewalt begegnen, egal was geschieht. Aber wenn du ein Aspirant bist, dann kannst du dich sehr wohl auch mal zur Wehr setzen. Dafür steht auch Vritschikasana. Vritschikasana, also auch ein Asana, um dir das Gefühl zu geben, im Gleichgewicht zu sein, eine Stärke zu haben und auch eine Stärke zu haben, dass andere dir Respekt zollen. Danke! Ja, danke! Vielen Dank.